ja pyros herzlich willkommen zu einer neuen prospekt vorstellung auf meinen kanal heute gibt es für euch das lila petz prospekt lila petz gibt da gibt es ein paar filialen in sachsen ich selbst war tatsächlich da noch nie gewesen aber ich wusste von die letzten prospekte dass sie doch immer ein recht gutes sortiment anbieten wie man hier auch schon auf der startseite sehen können morgenvielfalt weko leslie volt und nico also auf jeden fall ein sehr vielversprechendes sortiment ich würde sagen wir schauen da jetzt mal zusammen rein let's go ja dann geht es erst mal los mit den festival of lights von weko für 3,99€ ein leuchtsortiment 18 teilig dann ein böllersortiment das hazard von weko siebenfach sortiert also jede größe mit enthalten für 5,99€ dann haben wir ein raketensortiment das tohuwabohu von weko für 8,99€ 170 teilig dann eine batterie von weko die beastquest mit 133 gramm nem für 5,99€ dann haben wir hier schon die erste watt batterie die imaginato 19 schussbatterie mit 257 gramm nem für 11,99€ die habe ich mir jetzt im vorfeld schon mal angeschaut eine sehr schöne batterie auf jeden fall für 12 euro gefällt mir echt gut dann haben wir das tante pack von weko 50 teilig für 4,99€ dann drei große kanonschläge von weko für 2,49€ dann die wunderwutzi von weko eine fontänen batterie für 2,49€ habe ich selbst auch schon mal getestet ist für das geld auf jeden fall kein fehler und dann haben wir hier von leslie einen verbunden supermanic für 49,99€ mit 1056 gramm und drei batterien das ist jetzt nicht ganz so mein geschmack aber dennoch für 50€ schon mal der erste verbund so kommen wir zu der nächsten seite da haben wir erst mal von weko den pyrock auch das umgelabelt der new beastmaster aus lidl dennoch hier für 17,99€ ja ist schon dann recht teuer aber wäre zumindest eine alternative wenn man im lidl den new beastmaster nicht bekommt dann haben wir nochmals eine weko batterie die guadien was guadien of the night oh gott mit 40 schuss einer neem von 400 quetsch kann ich jetzt nicht richtig erkennen für 19,99€ die batterie sagt mit so auch nichts dann ein klassiker die piranha 15 schuss mit einer neem von 79 gramm für 5,99€ dann haben wir wieder zwei sehr schöne artikel von leslie die texas tornado eine batterie mit 497 gramm neem 88 schuss also ich vermute mal das sind dann eventuell auch schon zwei batterien für 24,99€ da habe ich mir jetzt auch schon mal das video angeschaut die gefällt mir wirklich sehr gut für 25€ dann haben wir eine batterie von watt rumble eine 36 schuss batterie mit 432 gramm neem für 19,99€ dann haben wir von volt die cake prism mit einer neem von 500 gramm 20 schuss für 19,99€ eine sehr schöne bunte batterie auf jeden fall dann haben wir nochmals einen kleinen leslie verbund den street fun mit 82 schuss und einer neem von 300 366 gramm für 24,99€ kommen wir zu der nächsten seite da haben wir von leslie den sitz pinkler eine batterie mit 8 schuss einer neem von 32 gramm für 2,49€ die batterie hat tatsächlich aber auch schon zerleger dann haben wir ein richtig schön verbund von zener also mit zener macht man ja nie etwas verkehrt den zener triumph 46 schuss einer neem von 989 gramm neem für 49,99€ also die schießt recht zügig wie man das auch von zener gewohnt ist also das ist eine absolute empfehlung wenn lila pets hat sehr schöner verbund dann haben wir von leslie die böse schwiegermutter für 14,99€ den bösen chef für 2,49€ dann haben wir nochmals einen kleinen verbund say what von what mit 100 schuss und einer neem von 800 gramm für 39,99€ den habe ich mir auch schon mal angeschaut auch der verbund schießt ziemlich zügig ich glaube immer 4er oder 5er seifen also ein sehr schöner verbund für 40€ dann von leslie die böse sekretärin für 4,99€ den bösen lehrer für 2,49€ und die böse nachbarin für 3,99€ auch das sind gängige preise kommen wir zu der nächsten seite schönes vorabendprogramm dann haben wir von veco die magical shots 5 römische lichter für 1,99€ von leslie ein römisches lichterbündel 96 great balls of fire für 3,49€ dann von veco die monster fontaine batterie für 9,99€ die habe ich tatsächlich erst letztes Jahr gezündet es ist schon in ordnung ist recht teuer aber schon eine feine sache dann die sky bombs 5 bombenrohre für 4,99€ bin ich gerade verwirrt haben die nicht eigentlich immer nur 4 bombenrohre ja dann von veco die dark raven eine 25 schuss batterie mit 175g nem für 8,99€ dann die super grit von veco die gab es ja glaube ich immer im penny genau im penny ich glaube das war auch eine sehr schöne batterie mit 36 schuss einer nem von 473g 173g für 17,99€ dann von veco das ist ein richtiger klassiker die flying docks 83 schuss eine nem von 200g für 9,99€ dann der polarstern eine 100 schuss leuchtkugel batterie mit einer nem von 175g für 6,99€ dann nochmals eine kleine veco batterie die snatch 20 schuss mit einer nem von 42g für 3,99€ ich glaube das ist die umgelevelte alien wenn mich das jetzt nicht alles täuscht genau schönes vorabendprogramm weiter geht es da haben wir die cosmos eine 54 schuss batterie mit einer nem von 150g für 9,99€ das sieht mir aus wie die starlet umgelabelt ja dann von leslie die 12 polizei 16 schuss batterie mit 112g nem für 4,99€ von leslie die oxygen 25 schuss batterie mit einer nem von 162g für 8,99€ dann haben wir nochmal 3 kleine batterien zum richtig guten preis einmal die palms für 2,99€ die leslie gold für 2,99€ und die von watt die king tut king tut für 2,99€ dann nochmals eine veco batterie die witch hunter 36 schuss mit einer nem von 250g für 12,99€ hier bei die veco batterien sieht man ganz oft das pyromold design ja dann haben wir noch einen leslie vulkan den cranky cranky cactus für 2,49€ und von leslie aus der royal x serie die bombshell chick 10 schuss batterie was nein hier ist ein fehler ich glaube 19 schuss hat die batterie mit einer nem von 345g für 17,99€ die habe ich jetzt erst letztes wochenende live gesehen eine ja recht schöne batterie dann für zwischendurch ein paar raketen einmal des family stars für 6,99€ dann das camelon ein 55 teiliges raketensortiment für 17,99€ und etwas kleiner das cassiopeia ich kenne nur die batterie cassiopeia von veco ja aber die ist auch schon alt auch das für 17,99€ dann haben wir noch ein reines raketensortiment das empire mit 27 veco raketen für 19,99€ nochmals ein reines raketensortiment 10 teile für 12,99€ und dann nochmal 10 etwas kleinere veco raketen für 9,99€ und von nico das summer f1 sortiment für 4,99€ kommen wir zu der nächsten seite immer noch für zwischendurch da haben wir nochmals ein leuchtsortiment von veco das might night mystery 11 teile für 9,99€ dann das lightspeed f1 fontaine sortiment für 5,99€ ein batterieset der powertower mit 10 batterien für 17,99€ dann von veco die prometheus für 17,99€ die copernicus ein richtiger klassiker aber auch recht teuer hier mit 86 schuss für 12,99€ dann nochmals eine veco batterie die chillet area 36 schuss batterie auch hier wieder das pyromult design zu sehen mit 432 gramm ne m für 14,99€ das sagt mir jetzt so auch gar nix man müsste mal das video anschauen vielleicht ist das auch einfach wieder eine um labelung ja dann haben wir die space traveller mini pfeife raketen für 1,49€ und nochmal die magical shots 5er packung mit 30 schuss für 7,99€ jetzt kommen wir endlich zu den mitternacht highlights und das sind wirklich highlights da haben wir von evolution firework wie auch immer von evo meister serie die sternstunde für 59,99€ ein verbund mit 916 gramm neem und jetzt das hat mich absolut umgehauen der heißenberg verbund von volt sollte jedem bekannt sein für 249 euro das ist ein top preis wahnsinn ja kommen wir auch schon zu der nächsten seite heißenberg ok mitternacht highlights super börler 2 40 stück für 6 euro 99 dann von leslie der bürgermeister für 59 euro 99 dann von leslie keine ahnung welcher hersteller das sein könnte oder wq ich glaube das ist wq helios black night für 6 euro 99 römisches lichter batterie dann von leslie die wühne der nonnen ein kleiner dreier verbund für 12 euro 99 und die präsident pyro für 99 99 zum party spaß hier haben wir noch etwas f1 feuerwerk das party mix sortiment für 12 euro 99 tischbomben piccolo für 4 euro 99 das kuddel muddel 4 4 euro 99 und das captain pyro für 6 euro 99 natürlich zum party spaß gehört ein verbund von leslie da karmageddon für 79 euro 99 90 schuss verbund mit 1015 gramm nem und von vego die knallerbsen für 99 cent 1015 hier geht es noch weiter mit weiteren f1 und cat1 artikeln da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen das video ist schon so ziemlich lang geworden und hier haben wir noch ein paar party artikeln ja hier kann man auf jeden fall noch mal sehen wo man die fialen finden kann also viele gibt es nicht in sachsen aber wer so eine filiale in der nähe hat sollte da auf jeden fall mal vorbeischauen weil das ist wirklich ein sehr schönes sortiment ja pyrus ich hoffe euch hat die vorstellung gefallen und ich würde sagen bis zum nächsten mal haut rein bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal